Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wird es hierbei um die Ankündigung von einem Turnier gehen. Das Turnier, was ich hier am Samstag veranstalten werde. Bei dem wird der erste Platz eine Woche Pro gewinnen, was mir Timuria zur Verfügung gestellt hat. Dieses Turnier findet am 13.10.2018 um 18 Uhr statt hier auf Timuria. Und für dieses Turnier habe ich mit Legoman eine automatisierte Map gebaut, die ohne dass man sie im Baumodus bearbeiten muss, funktioniert. Und sie fängt erstmal damit an, dass man den Parcours schon mal nicht neu starten kann. Denn vielleicht einige von euch wissen, wenn man hier seinen Spawnpoint setzt und dann neu startet, fällt man durch. Das heißt, man kann nur in den Spectator-Mode gehen. Oder man bewegt sich halt am Anfang nicht und startet direkt von dort. Es funktioniert wie folgt. Man hat drei Leben. Hier steht jetzt drei Leben. Man muss immer in seine Lebensanzahl reingehen. Das ist auch festgelegt, das kann man auch nicht umgehen oder sonst was. Aber man muss immer in seine Lebensanzahl reingehen. Hier fängt man natürlich an, weil es der Anfang ist, kann man hier nur drei Leben haben. Geht rein, läuft hier dran vorbei und macht das Jump'n'Run. Am Ende vom Jump'n'Run gibt es jetzt hier elf Zahlen. Hier soll man warten. Hier habe ich Please Wait hingeschrieben. Also man soll warten. Das habe ich deswegen gemacht. Damit hier erstmal sich alle versammeln, die es geschafft haben. Es können hier so viele Leute mitmachen, wie sie wollen. Das ist halt das Coole da dran. Und man kann nichts grieven. Das ist auch mega nice. Und wenn dann alle fertig gewartet haben, werde ich die Nummer sagen, welche richtig ist. Das ist zur Zeit immer die Null. Das werde ich aber noch verändern. In allen anderen sind unter diesen Teppichen rote Blöcke. Man würde also instant sterben. Und nur das teleportiert ein. Und hätte ich jetzt hier gefailt, müsste ich in die zwei Leben rein. Aber ich habe nicht gefailt. Ich habe noch alle drei. Und das ist auch mit den Druckplatten so verbunden. Wäre ich jetzt da, würde mir das überhaupt nichts bringen. Und ich sammle damit jetzt das hier ein. So. Dann mache ich wieder das Jump Run. Und ich kann ja einfach mal so tun, als würde ich jetzt runterfallen. Genau. Und jetzt ist dieser Bug aufgetreten. Ich bin jetzt durch diesen Holzzaun gefallen. Genau. Das soll nämlich auch passieren. Denn jetzt bin ich hier drunter. Und werde hochteleportiert. Und laufe über diesen Parcours, wo ich da gerade gefailt habe bei dieser Pain. Einfach drüber. Und das ist auch so vorgesehen. Wenn man nämlich failed, soll man den Parcours nicht normal spielen. Sondern man soll ihn einfach überspringen quasi. So wie das auch normalerweise der Fall ist. Man hat immer nur einen Versuch. Und wenn man failed, verliert man das Leben. So. Jetzt hat man ja ein Leben verloren. Jetzt gehe ich mal hier weiter. Wieder die 0. Eigentlich muss man warten. Und jetzt sieht man schon, da kommen Partikel hoch von dieser Druckplatte. Bei zwei Leben. Würde ich bei drei Leben reinspringen, würde mir das absolut nichts bringen. Also ich muss quasi da bei den zwei Leben rein. Ich habe keine andere Wahl. Zack, mache ich mal. Und dann sage ich, hier fällt noch einmal. So. Dann werde ich wieder hochteleportiert. Ich laufe rüber. Und wie ihr es euch sicher denken könnt, habe ich jetzt nur noch ein Leben. Und wenn ich das auch verliere, bin ich hier gelandet. Sorry, you are out, bro. Slash spec to spectate. Ich komme hier immer nur auf dieses Zurücksetzteil. Kann nichts mehr machen. Und das Turnier ist für mich gelaufen. Und ich kann den anderen dabei zugucken. Das ist ein extrem, extrem aufwendiges Konstrukt. Es hat elf Stunden gedauert und ich habe es mit Legomans zusammengebaut. Das ist tatsächlich Legomans Idee dann gewesen, das so umzusetzen. Es gibt nämlich 15 Stages. Das waren jetzt gerade mal die ersten vier. Und man muss halt alles immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder bauen. Und das ist der zweite Entwurf. Der erste Entwurf war tatsächlich von mir. Das sah ähnlich aus, nur nicht ganz so kompliziert. Und da ist dann quasi das Ende. Ich denke nicht, dass es jemand schafft, alle 15 Stages mit drei Fails hinzukriegen. Oder mit zwei Fails darf man ja nur haben. Aber falls es jemand schafft, Respekt. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Würde mich über eine positive Bewertung freuen. Ist ja auch nur ein Ankündigungsvideo. Von daher, hier ist auch nochmal eine komplette Erklärungstafel auf Englisch für alle Leute, die halt kein Deutsch sprechen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mehr ohne Zahn. Ciao, ciao.